Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr kommende Geburtstage auf Snapchat sehen könnt. Dafür geht ihr einmal in die App rein und drückt nun einmal links auf eure Freunde und drückt nun einmal auf die Person, bei der ihr gerne wissen würdet, wann sie einen Geburtstag hat. Dann könnt ihr hier einmal aufdrücken und drückt nun einmal oben auf das Profil. Nun wird unter dem Bitmoji ein Datum angegeben, auf den wir dann einfach aufdrücken können und somit wird uns jetzt hier der Geburtstag der Person angezeigt. Ich würde mich über ein Liken und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.